Gib den Kinderrechten deine Stimme. Mein Name ist Oliver Bolzer und ich gebe den Kinderrechten meine Stimme. Gemeinsam müssen wir den Anliegen, Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen mehr Gehör schenken und auf Missstände in deren Alltag aufmerksam machen. Das tun wir jetzt gemeinsam beim Kinderrechte Song Contest 2021. Du machst gerne Musik und hast deine eigenen Songs? Dann bewirb dich jetzt mit einem Song zum Thema Kinderrechte. Mitmachen können alle, die Spaß haben an der Musik. Alle Infos findet ihr jetzt auf www.kia.steiermark.at Gib auch du den Kinderrechten deine Stimme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017